So, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Wir folgen dem Zug mit der Bombe drin. Hey, knall den ab. Oh shit. Hupen. Alter, ich kann gar nicht nur... Ah shit. Kann ich nicht lieber schießen? Äh. Viel Glück, man. Ob er es schafft? Das interessiert dich. Ja, er hat den Tarnat. Hey, weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Gut, dann ist das unser Ziel Okay, okay Ich hab noch ein bisschen an der Einstellung rumgespielt Und hoffe, dass es jetzt alles soweit gut aussieht Wo soll denn hier der Schatz sein? Hier? Also Oh Ein altes Pertorchen Elefanten Hey Ich hab noch mal eine Desert Eagle, ist das geil Scheiße, nichts zum Klettern Auch nichts zum Klettern Sei vorsichtig Ja Nehmen wir die andere Seite Wow, langsam Geh weiter Hoppa Nehmen wir nichts zum Klettern In der Kurve Hallo Oh shit Komm noch mal gucken, Junge Mach den Helm ab Und Und Ich bin da da bin Ich bin da nicht gut Wait, 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 wait. Ah. Ja, wir tanzen, wir tanzen, wir tanzen. Mach dich weg, du Birne. Das hast du jetzt von deiner Neugierde. Oh, shit. Mach dich weg. Ah, hinter mir. Das gefällt mir gar nicht. Warum sind die alle maskiert mit so dicken Masken, Digga? Alle um mich herum. Springen alle, haben alles. Kannst du dir nicht angreifen, weil du da so eine dicke Maske auf hast. Aber er kann klettern, als gäbe es kein Morgen. Mach dich weg hier. Er wurde ausgestattet. Er wurde ausgestattet. Schwärmt aus. Durchschluss das Gebiet. Digga, das hättest du aber auch anders machen können, Chloe. Also ehrlich. Der verschreckt unsere Zeit. Hallo. Hallo. Komm, dann warte im mittleren Waggon hier. Da. Moment mal. Da kam ein Toter untergeflogen. Hm. Ich glaube nicht, dass wir unendlich Zeit haben. Aber die stehen hier so doof positioniert. Hallo. Guten Tag. Weg mit dir. Weg mit dir. Ruhe. Warum? 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 Oh, das ist nicht. Oh, Mann. Game. Das war nicht meine Absicht. Weg. Ja. Pissig. Ah, das ist nicht so gut. Dann verkackt ihr den Sprung. Ich hab nicht mal was Falsches gedrückt. Nichts. Einfach. Einfach die KI. Nein. Ich will doch nicht weg. Ich will, dass du weg gehst. Warum? Wer? Oh, Moment. Muss nachladen. Ja, da wollte ich rein. Hat sie nicht gemacht. Mann, ihr habt ein Problem. Raus mit euch. Kannst du nicht sein, ey? Wir müssen schneller voran kommen. Öppah. Alter, ist das hier ein Scharfgeschützter? Ja, und der Sniper hielt mich hier ganz sicher nicht auf. Es muss einen Weg geben. Ich seh keinen. Nein. Nein. Oh Mann. Die ist hängen geblieben am Zug, Digga. Am eigenen Zug. Hier. Da ist unser Weg. Habt ihr nichts zu tun? What the? Können wir uns mal alle beruhigen? Nein, nicht, nein. Nicht die Täter, die wir wegwerfen. Hallo, geh weiter. Ah, scheiße. Raus da. Bringt ihr da drauf. Bringt ihr da drauf. Oh mein Gott. 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 Ja, ich hab ein Tuch dazwischen. Halt an! Wen denn? Jesus Maria! Hopp! Halt zur Richtung, Chloe. Stimmt. Komm schon, der Kopf des Zuges ist direkt vor uns. Den Stoß dann gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat das Haft monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihn jetzt alles verderben. Ja. Gut, und wie kommt man da hin? Hier. Haben wir noch Mützern geholt? Nadine, machst du bitte Platz? Ei, ei, ei. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen hakelig. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaub, wir sind fast da. So, Asaf. Jetzt holen wir uns den Kopf. Okay, jetzt du. Danke. In echt ist die ja viel größer. Es hörst zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Sie ist zu schwer. Kannst du sie entschärfen? Wenn ich's versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Kommst du? Okay, geh durch. Das ist definitiv die Lok. Ja, hallo. Bitte. Dankeschön. Dann sind wir vorbei. Na los. Und der Lokführer war so zart. Werden, was? Nein. Nein, nein, nein. Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit. Hey. Die Dachluke. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es halt. Ja, hoch. Hoch werde ich tun. Komm schon. Schaffst du es? Auch zugeschweißt. Muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz ohr. Ein Stellwerk. Was? Ein weichen Stellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay. Gut. Scheiße. Da ist unser Wagen. Oh, shit. Mann, steig aus. Ja. Das ist halt ne Rutschpartie hier Ähm Weg Schnell, 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 Sam Scheiße Komm, Sam Sam, du bist feige Granatenregen Weiter geht Scheiße Scheiße Ich muss zu ihr Warte Muss das sein, ich mein Sie ist ein großes Mädchen Sam Wäre nicht sinnvoller gewesen, hätten wir die drei eben schnell abgeknallt und Sam, wären wir mitgefahren? Okay Da ist der Zug Aber wie zur Hülle komm ich rauf Ich seh keine Brücken Oder Kreuzen Ach, scheiße Ich weiß ganz genau wie Nadine Oh mein Gott die Brücke Schöne 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 Jetzt hab ich keine Knarren mehr Ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten Aber ihr beide seid schon besonderer Abschau Charmant Das werde ich richtig genießen Na los So könnt ihr alle über zwei Leute bekämpfen Motherfucker Motherfucker Ja Ihr riskiert euer Leben Und wofür Eine Stadt voller Bauern Mann du bist unerträglich Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern Mein Volk wird sich wieder erheben Ich hab auch das in Geduld Sehr gut Sehr gut Gleichsam hätten wir so viel erreichen können Lieber sterbe ich Scheiße Hallo Ich Rücke ausweichen Halt still Versuch es Oh Oh Das ist mein Land Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen Oh die Frage ist was du zu verlieren hast Die Bombe Ich kaufe mir eine neue Ich brenne deine Stadt Niederdieben Die Leute werden mich verblenden sie zu Alle Bringen wir es zu Ende Mieser Sack Nicht kämpfen Man sollte wissen wann man besiegt ist Das ist dein Zettel Oh shit Du Jetzt meldet sie Kein Oh Fuck Ey Ich hab gar nicht gedrückt mich fallen zu lassen Du Jetzt meldet sie Lecker Er geht doch nach links What in the world Ich kenne dich Du bist keine Heldin Ein Krieg wird die Regierung stürzen Lieber sterbe ich tausendmal Wenn vor ihr kippen Ah shit Ein netter Hinweis Die Brücke Lass erhalten und kämpfen Bring dies zu Ende Brech ihm die Heigeweide Nimm auch irgendwas Wir sind hier fertig Ihr glaubt ihr habt gewonnen Wir werden sich erheben Wie der junge König hat auch ihr nichts erreicht Wie du schon sagtest Fortschritt Verlangt Opfer Nicht wahr Fraser Wir müssen hier weg Ach du mieser Stück Scheiße Lauf Oh Gott Oh 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 Könntest du vielleicht mal raufklettern, bitte? Verdammt! Oh, Sam! Geht gleich da drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Das muss gehen, das behaupten alle! Komm, gleich hast du's! Danke! Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und Asaph? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an! Wow! Yep! Wir haben's geschafft! Wie war? Und? Wie geht's weiter mit Nadine Ross? Holst du dir Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, würde ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also... Nicht du. Okay. Hahaha. Ah. Sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Wo ist der Schuss, San? Habt ihr... Oh, mein Gott! Was, San? Ich verarsche euch nur. Bitte schön. Dein Gesicht? Au! Okay! Oh, man. Das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel... Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja... Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen... großzügigen... ...Kinderlohn. Oh mein Gott, ihr meint das ernst. Sie hat es geschafft! Das ist eine geile Story Und da ist der Copyright-Story Let's go Ne, war eine geile Story, hat mir richtig gut gefallen Ich hoffe es hat euch auch gefallen Kuss, 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 kuss An Naughty Dog Ich wünsche mir das Schade 5 oder Last of Us 3 Gebt noch mehr Geil Das war sick Ich hoffe es hat euch auch gefallen Likes, sub, alles gerne rein Wenn es euch gefallen hat Wir sehen uns in der nächsten Folge Im nächsten Projekt Und Please Ich kann nie mehr warten Ich hab Bock auf Last of Us auf PC Bitte, ich will es haben So Ja Kann ich hier irgendwas überspringen Kommt Ich kann nicht mehr raus hier Bonus Okay Aha Ich hab's Privat Sammler Hört mir mal kurz zu Ich verstehe echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist Wirklich Ich bin da ganz eurer Meinung Aber können wir nicht Verdirbt den Moment nicht Wie gesagt, kuss, kuss, kuss an alle Kuss, kuss an Naughty Dog An das ganze Team ist daran gearbeitet Ich liebe euch alle Haut rein Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss